Tja, der Traum vom schönen Leusachtal durfte wohl ausgeträumt sein. Aber es gibt ja auch noch andere Träume, zum Beispiel den. Erfinder müsste man sein. Man hat eine zündende Idee und wird quasi über Nacht zum reichen Mann. Aber Träume sind Schäume, so lehrt das Leben. Wenn man sich mal die Lebensläufe großer Erfinder anschaut, dann wird man schnell herausfinden, dass zwischen zündender Idee und durchschlagendem Erfolg oft eine lange Durststrecke liegt. Nicht selten müssen sich ja Erfinder als Spinner verspotten lassen und ihre Erfindungen, so lästert die Umwelt, sei nichts als Schmarren, der überhaupt nicht funktioniert. Das Galilei-Syndrom nennt man so etwas, gegen das Erfinder ankämpfen müssen. Frank Stelzer kann ein Lied davon singen. Der Mann hat einen Motor erfunden, von dem viele schon lange geträumt haben. 19 Patente hat er weltweit für dieses Wunderding, diese Wundermaschine schon angemeldet. Alle finden die Idee gut, nur niemand will sie vermarkten. Jetzt hat Frank Stelzer im Deutschen Museum vorgeführt, wie das Wunderding aus Oberorsel funktioniert. Die Finger, Öl verschmiert, das Hemd bunt kariert. Ein Erfinder gibt nicht viel auf Äußerlichkeiten. Hauptsache der Kopf ist klar und die Denkkanäle sind nicht verstopft. Frank Stelzer, der Daniel-Düsentrieb aus Oberorsel, hat alles, was einen Erfinder auszeichnet. Keine akademischen Titel, keinerlei fachliche Grundlagen. Und trotzdem, oder gerade deswegen ist es ihm geglückt, diese neuartige Zweitakt-Brennkraftmaschine mit frei fliegendem Stufenkolben zu erfinden. Ein ganz simples Aggregat eigentlich. Aber ein Motor, der wenig Sprit verbraucht, kaum Verschleiß hat und einen bisher nicht erreichten Wirkungsgrad erzielt. Und so funktioniert das Ganze. Der Motor hat zwei Brennkammern. Abwechselndes Zünden des Luft-Kraftstoff-Gemisches lässt den Kolben hin und her fliegen. So entsteht pro Minute eine 1000- bis 20.000-fache lineare Kolbenschwingung. Die ganze Konstruktion besteht gerade mal aus 8 Teilen und nur ein einziges Teil bewegt sich. Herkömmliche Motoren bestehen immerhin aus 300 bis 400 bewegten Einzelteilen. Und was sich bewegt, das unterliegt dem Verschleiß. Die herkömmlichen Motoren wie Diesel, Wankel oder Otto-Motoren erzeugen mechanische Energie. Diese wandeln so oft in andere Energieformen um. In Pressluft, Öldruck, Wasserförderung oder elektrische Energie. Dieser Motor, der Stelzermotor, erzeugt diese Energieform, die man haben möchte, direkt. Das heißt, der verlängerte Kolben erzeugt Pressluft oder Öldruck oder fördert Wasser oder setzt die Frequenzen direkt in elektrische Energie um. Das heißt, man erreicht mit einem Minimum ein Maximum. Der Motor kann mit Benzin, Diesel, Methanol, Ethanol oder Gas betrieben werden. Ein Allesfresser also und ein Alleskönner, der gleichwohl als Wärmepumpe, als Stromerzeuger, Kompressor oder als Pumpe eingesetzt werden kann. Durch den aufgebohrten Kolben können Fluide beschleunigt werden, was im Kreislauf mit einer Turbine eine hydrodynamische Kraftübertragung ergibt. Eine bahnbrechende Erfindung also, die aber leider offenbar ungelegen kommt. Im Buch Unterdrückte Entdeckungen und Erfindungen heißt es, die Industrie habe kein Interesse daran, einen Motor zu bauen, der bestehende, milliardenteure Fertigungsstraßen überflüssig machen könnte. So schreibt zum Beispiel Krupp 1980 an Stelzer, wir freuen uns, dass Herr Stelzer eine so vielseitig anwendbare Wärmekraftmaschine zum Laufen gebracht hat und sind überzeugt, dass in vielen Fällen die konventionellen Antriebe durch Alternativen dieser Art ersetzt werden können. Leider passt das Projekt nicht in unsere Fertigung. Oder Herr Stelzer, Ihr Motor ist zu gut, der macht uns alle kaputt. Wir hoffen, Sie schaffen es nicht. Nicht alle sind Idealisten. Es gibt Materialisten, und die produzieren natürlich das, was sie haben, solange wie sie dabei in den schwarzen Zahlen bleiben können. Es muss erst eine Rezession eintreten, um, dass die Firmen bereit sind, etwas aufzunehmen, was sie nicht mit den anderen untergehen lässt. 30 Jahre hat Stelzer an seinem Motor herumgetüftelt. In einer Hinterhofschmiede fertigte er auf einer schrottreifen Drehbank die ersten Prototypen. Millionen hat Stelzer in die Erfindung investiert. Geld, das er freilich nicht hatte. Eine Kapitalbeschaffungsfirma besorgte über risikofreudige Geldanleger den nötigen Zaster, was allerdings dem Erfinder viel negative Erfahrungen und Ärger ohne Ende bescherte. Da blieb kaum noch Zeit, um am Motor herumzuschrauben und den Serien reif zu machen. Inzwischen ist das Aggregat zwar serienreif, aber mehr als 20 Prototypen wurden nicht gebaut. Und die Patente laufen im Jahr 2000 aus. Im Deutschen Museum präsentierte Stelzer jetzt seine Erfindung einem interessierten Publikum. Der Motor sprang zwar sofort an, lief ein kleines Weilchen, ging wieder aus, lief wieder an, ging wieder aus. Naja, der Vorführeffekt halt. Da gibt's ja wenig Luft irgendwo. Nein, also Luft war genügend da. Aber den Benzinhan, den sollte man vielleicht doch aufmachen. Und siehe da, das Wunderding aus Oberursel schnurrte und schnurrte vor dem staunenden Publikum. Niemand weiß freilich, ob Industriebosse darunter waren, die die Erfindung vielleicht kaufen oder nur sehen wollten. Wie weit ist er, der Stelzer-Motor? Wie gefährlich ist die Situation, dass die Konkurrenz einsteigt? Auch nach 30 Jahren hat Stelzer den Optimismus nicht verloren. Und er sieht in naher Zukunft sein Aggregat im Elektroauto nicht als direkter Antrieb, sondern als Generator, der außerhalb der Ortschaften die Elektromotoren mit Strom versorgt. Wenn 30 oder 40 Firmen auf der ganzen Welt den Motor bauen, ziehe ich mich zurück, meint Stelzer. Dann will er ein Flugzeug bauen. Natürlich mit Stelzer-Motor. Vielleicht auch diesen Hubschrauber mit Plattspitzenantrieb. Dann will er auch diesen Hubschrauber mit platzieren. Dann ist er, dass die Kälte die Welt den Motor bauen. Vielleicht auch diesen Hubschrauber mit Birdo schnurrte. Dann wird er, dass die Kälte die Leute in die Kälte der Welt enthalten werden. Und das ist hier die Kälte der Welt, wo man sich gesehen hat. Also ist es in der Zelle von Sakschrauber mit Spitzenantrieb. Untertitelung des ZDF, 2020